Wie lebe ich als Christ? Wie verhalte ich mich als ein Jünger von Jesus? Wenn Jesus zu dir sagt, komm, folge mir nach und du sagst, ja, genau das will ich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Wie geht das eigentlich praktisch? Wie mache ich das? Darum geht es in dieser Predigt und dazu möchte ich mir mit euch einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief anschauen, erstes Kapitel, was Petrus dazu sagt. Und Petrus redet über das Thema in seiner ganz eigenen Sprache. Er redet nicht davon, was es heißt, ein Christ zu sein oder Jesus nachzufolgen, ein Jünger zu sein. Petrus redet dem Inhalt nach genau darüber. Er erzählt davon, aber er tut es in seiner eigenen Sprache. Er redet davon, was es heißt, heilig zu sein. Petrus sagt, du bist heilig und deshalb sollst du auch heilig leben. Und ich gebe es davor zu, dass das Wort heilig sein jetzt irgendwie bei den allermeisten von uns nicht so den besten Ruf hat. Also stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir, ich möchte so gerne heilig leben mit so einer behauchten Stimme. Das sind ja eher so Leute, wo man dann doch ein paar Meter auf Abstand geht. Also Menschen, die so eine Aura eines Heiligenscheins um sich haben, das sind ja so meistens die Leute, um die man dann doch eher so seinen Bogen macht. Genau, so heißt das. Kleine Anekdote dazu. Ich hatte mal ein Beerdigungsgespräch und ich frage oft bei Beerdigungsgesprächen, wie wünscht ihr euch, dass die Trauerfeier werden soll? Und wie wünscht ihr euch auch nicht, dass die Trauerfeier werden soll? Also was soll auf keinen Fall passieren? Und ich erinnere mich noch genau an ein Gespräch und da sagten die Angehörigen sofort, es soll bitte nicht so heilig sein. Und dann haben wir darüber geredet, was das für sie bedeutet. Und sie sagten, naja, so dieses Scheinheilige. Also irgendwie heilig sein und scheinheilig sein war irgendwie synonym. Vielleicht kein Zufall. Aber das meint Petrus hier nicht, wenn er davon redet, dass wir heilig sind und deshalb auch heilig leben sollen. Er meint nicht, irgendwie scheinheilig zu agieren und auch nicht so eine Aura mit Bauch der Stimme, sowas irgendwie zu versprühen, was alle anderen nur nervt. Darum geht es überhaupt nicht. Überhaupt geht es bei dem, was Petrus unter heilig sein versteht, erstmal gar nicht um eine Liste, die ich abarbeiten muss. Also heilig sein heißt, dass ich bestimmte Sachen nicht esse und dafür andere schonen und so oft bete am Tag und diese Kleidung trage und nicht und solche Worte verwende und diese nicht. Also solche Regulierung, das ist gar nicht erstmal sein Thema. Sondern sein Thema ist ein anderes. Er sagt, heilig sein ist erstmal nicht was, was du tust, sondern was du bist. Du bist heilig. Und darum, das ist glaube ich der allererste Schritt, wenn es darum geht, wenn dich die Frage beschäftigt, wie lebe ich als Christ, ist der allererste Schritt, dass ich mir klar werde darüber, wer ich eigentlich bin. Wer ich in Jesus Christus bin. Und daraus folgen Konsequenzen. Aber erstmal muss die Grundlage klar sein. Und Petrus sagt, du bist heilig. Und heilig ist in der Bibel ein Wort, das bedeutet im Grunde, alles das ist heilig, was zu Gott gehört. Und wenn die Bibel sagt, du bist heilig, sagt sie, du gehörst zu Gott. Weil Gott einen Preis für dich bezahlt hat. Gott hat dich in der Sprache der Bibel gekauft. Petrus schreibt es so, ich lese einmal zwei Verse vor, die Verse 18 und 19. Ich finde, unglaublich starke Verse. Hier schreibt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was heißt das? Das heißt, stell dir mal vor, vor Gott liegen zwei Optionen. Gott hat die Qual der Wahl zwischen zwei Optionen. Der unendliche, heilige, allmächtige Gott. Auf der einen Seite sind fünf Milliarden Euro, 4000 Tonnen Gold, drei riesengroße Luxusvillen. Zwei der besten Sportwagen, die jemals gebaut wurden. Und eine ganze Galaxie mit Millionen, Abermillionen von Planeten. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bist du. Einfach nur du. Nichts anderes. Nur du. Was würde Gott wählen? Er wählt dich. Natürlich wählt er dich. Gott zuckt nicht mal mit der Wimper. Seine Entscheidung ist klar. Er wählt dich, weil er dich bei sich haben will. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat diese Wahl getroffen. Jesus hat das Wertvollste aufgegeben, was es gibt. Er hat das Wertvollste gegeben, was es gibt. Nämlich sein eigenes Leben. Sein eigenes Blut. Er hat all das gegeben, um dich freizukaufen. Und Petrus sagt, er hat das getan, nicht mit vergänglichem Gold und Silber. Das ist irgendwie so eine Formulierung, über die ich gestolpert bin, weil ich dachte, naja, also Gold und Silber ist jetzt für mich nicht das beste Beispiel für vergängliche Dinge. Weil Gold und Silber eigentlich ja ziemlich Bestand hat. Also wenn man so eine antike Stadt ausbuddelt, eine alte griechische Stadt vielleicht und man findet so alte Münzen, dann sind so die alten Gold-Silber-Münzen. Das ist ja das, was noch tausende von Jahren bleibt und Bestand hat. Aber, und das ist nun der Punkt von Petrus, im Vergleich mit zum Blut von Jesus Christus ist alles auf der Welt vergänglich, selbst Gold und Silber. Weil, und das sagt er ein Vers später, weil Jesus schon da war, ehe der Weltgrund gelegt war. Jesus gibt es immer. Sein Blut ist unendlich wertvoll. Und das gibt Gott für dich. Und weil Gott das Wertvollste für dich gibt, bist du nun unendlich wertvoll. Weil der unendliche Gott sein Leben für dich gegeben hat, bist du unendlich wertvoll. Du bist heilig, weil Jesus dich durch sein Sterben heilig gemacht hat. Und es gibt für mich eigentlich keine schönere Formulierung davon, als Martin Luther sie gefunden hat im kleinen Katechismus, als er das auslegt. Und früher hat man ja den ganzen kleinen Katechismus auswendig gelernt, das tun heute noch die wenigsten. Aber wenn man was lernt davon, ey, dann gerne das, weil das das Herzstück ist. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn. Was ist das? Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Und auch wenn ihr am Bildschirm nur seid, vielleicht sagt ihr jetzt Amen, weil das ist gewisslich wahr. Also wir sind heilig, weil Gott uns heilig gemacht hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist der erste Punkt in dieser Predigt. Und daraus folgt nun etwas. Weil ich heilig gemacht wurde von Jesus Christus, soll ich auch heilig leben. Das ist jetzt der zweite Part. Weil ich heilig bin, soll ich mich auch so entsprechend verhalten. Also das ist ja auch bei anderen Dingen so, wenn etwas wertvoll und kostbar ist. Und du bist eben wertvoll, weil Gott das Wertvollste für dich gegeben hat. Wenn etwas kostbar und wertvoll ist, dann gehen wir damit auch vorsichtig um. Also ein Beispiel. Du hast seit Monaten auf ein neues Smartphone gespart. Und hast schon die Wochen immer jetzt genau dein Traummodell in der Lieblingsfarbe rausgesucht. Und endlich ist es soweit. Du hältst dein neues Smartphone in der Hand. Ich garantiere dir, du wirst die nächsten Tage und Wochen sehr, 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 sehr vorsichtig damit umgehen. Und aufpassen, dass kein Kratzer reinkommt, dass es nicht irgendwie runterfällt. Und wenn es doch einmal zufällig aus der Hand dir fallen sollte, wird dir ein Schrecken durchs Herz gehen. Und du denkst hoffentlich kein Kratzer. Du bist heilig. Du bist unendlich viel wertvoller als ein neues Smartphone. Also lebe auch so. Geh damit um. Geh mit dir so um. Anderes Beispiel. Ich kenne Leute, die sind, vielleicht kennt ihr die auch, die sind total vernarrt in ihre Autos. Und da kreist so das halbe Leben um Autos. Und die sind sehr darauf bedacht, dass ja kein Kratzer in den Wagen kommt. Und wenn sie die Vermutung haben, dass einer drin sein könnte, Panik bricht aus. Du bist wertvoll, denn du bist heilig. Du bist teurer erkauft als jeder Porsche, den es nur geben mag. Anderes Beispiel. Ein Freund von mir ist Tischler. Ich weiß noch genau, wie er sich so seinen eigenen Wohnzimmertisch gebaut hat. Und wenn wir so als Gäste zu Besuch waren, hat er auf eine Sache immer geachtet, dass wir auch bitte, wenn wir Gläser auf den Tisch stellen, Untersetzer unterstellen. Und hat das getan, weil er etwas vom Wert dieses Tisches wusste. Weil er sein Geld daran investiert hat, seine Lebenszeit daran investiert hat. Und deshalb war ihm der Tisch auch wertvoll. Gott hat für dich viel mehr gegeben als Geld oder Lebenszeit. Er hat sein eigenes Leben gegeben. Du bist unendlich wertvoll. Darum geh mit dir auch so um, weil du wertvoll bist. Lebe, was du bist. Das ist die Pointe von dem, was es heißt, als Christ zu leben. Lebe, was du bist. Du gehörst zu Jesus, also lebe auch so. Sag, ich folge diesem Jesus nach. Er soll der Herr in meinem Leben sein, der Mittelpunkt, der Chef meines Lebens. Und dann ist natürlich die Frage, wie das jetzt konkret aussieht. Und da findet man auch manches im ersten Petrusbrief. Aber was Petrus nicht tut, ist, alles genau durchzuregulieren, deinen ganzen Alltag zu regulieren, was du zu tun und zu lassen hast. Es ist vielmehr eher so, dass Petrus dir eine Haltung mitgibt. Weil wir heilig sind, folgt daraus eine Haltung. Ein paar Verse vorher schreibt er das. Er schreibt, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Also, ich übersetze, die Haltung ist Gottesfurcht. Ich frage in allen Momenten meines Lebens nach dem Willen Gottes und frage, wie möchte Gott, dass ich mich hier verhalte, weil ich ihm gehöre. Will ich in allen Momenten auch so leben, wie es Gottes Wille ist. Ich lese dazu in seinem Wort. Weil ich weiß, ich lebe hier gerade in der Fremde. Also, ich lebe in dieser Welt und ich tue das auch engagiert. Ich lebe wirklich engagiert in dieser Welt. Aber eigentlich habe ich eine andere Staatsbürgerschaft. Ich bin ein heiliger Himmelsbürger. Und deshalb lebe ich zwar engagiert hier in der Welt, Aber es bleibt eine Fremde für mich. Ich richte dabei stets in Gottesfurcht mich an den Maßstäben meiner wahren Heimat aus. Ich bin ein heiliger Himmelsbürger, ein Nachfolger von Jesus. Das ist das, worum es geht, wenn du sagst, ich möchte als Christ leben. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du dabei scheitern. Selbstverständlich wirst du das. Tausende Male wirst du das. Täglich wirst du das. Wird Jesus dich irgendwann fallen lassen? Gibt es den Punkt, an dem Jesus sagt, jetzt reicht es mir, jetzt ist Schluss, wird Jesus dich aufgeben? Keine Chance. Niemals. Denn wenn das Traumauto einen Kratzer bekommen hat, wenn das Smartphone runtergefallen ist und das Display den Riss hat, du schmeißt es nicht weg. Du hast es teuer erkauft. Du reparierst es. Gott hat sein Blut gelassen für dich, sein Leben gegeben. Er hat dich teuer erkauft, er gibt dich nicht auf. Aber was ist, wenn im Bild gesprochen das Traumauto nicht nur ein Kratzer hat, sondern dein Leben mehr aussieht wie ein Totalschaden? Was dann? Gut ist es nicht, das ist klar. Aber dieser Herr hat eine Werkstatt und in der schraubt er gerne rum. Auch an den scheinbar kaputtesten Schrottkahn. Und er vollbringt hier seine Wunder. Er gibt dich nicht auf. Mir ist das einmal sehr aufgegangen, als ich ein kleines Buch gelesen habe von einem 400 Jahre alten Theologen. Johann Gerhard hieß der, nicht zu verwechseln mit Paul Gerhard. Johann Gerhard ist einer der größten Theologen unserer Kirche. Er hat eine riesige Dogmatik geschrieben, also große Bände auf Latein, wo er so die Grundlagen des christlichen Glaubens entfaltet. Wunderbar. Aber am nächsten ist mir ein Buch, das er viel früher geschrieben hat. Als Johann Gerhard ein junger Mann war, hatte er eine sehr schwere Lebensphase. Er war auch krank und andere Dinge und all das drückte unglaublich auf sein Gemüt. Und dann hat er was gemacht, was ich eindrücklich finde. Er hat gesagt, ich nehme mir ein kleines Büchlein und schreibe in dieses Büchlein alle Bibelferse herein, die mir Mut geben, die mich trösten in schwierigen Zeiten. Und dann hat er später diese verschiedenen Verse genommen und daraus ganze Texte gemacht, so mini kleine Andachten und die veröffentlicht. Und die kann man auch heute kaufen. Die heißen Die heiligen Meditationen von Johann Gerhard. Kleines Buch, schön zu lesen, vielleicht so in der Fastenzeit jetzt gerade. Und ein Punkt, den Johann Gerhard immer wieder macht, ist der Punkt, den ich versuche in dieser Predigt zu machen. Er tut es in viel schönerer Sprache, auch wenn sie 400 Jahre alt ist und das Deutsch nicht mehr ganz unseres. Aber ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt vor. Gerhard schreibt, ganz teuer und wahrhaftig groß ist der Preis, zu dem wir erkauft sind. Teuer also und groß ist die Barmherzigkeit des Erlösers. Kühn rede ich. Es könnte scheinen, dass Gott mit gleich großer Liebe seine erwählten Söhne liebe wie den eingeborenen Sohn. Denn wofür wir etwas aufwenden, das ist uns teurer als das, was wir aufwenden. Wie wird Gott derer vergessen können, die er durch sein Leib und sein Blut erkauft hat? Du bist heilig. Du bist teuer erkauft. Gott gibt dich nicht auf. Es ist, und das ist jetzt mein letztes Beispiel auch für heute, wie mit einem jungen Investmentbanker. Der junge Investmentbanker kommt frisch von der Uni, hat seinen ersten Job bei einer Bank und ist leicht übermütig, wie es junge Menschen manchmal sind, und macht seinen ersten Deal und verzockt für die Bank gleich eine Million Euro. Sofort klingelt sein Smartphone. Er geht ran und der Chef der Bank ist dran und bittet ihn, bitte hochzukommen in die Chefetage. Und der junge Mann geht leicht schwitzend zum Aufzug, fährt hoch und in seinem Kopf erwartet er schon die Kündigung. Und er kommt aus dem Aufzug raus, geht ins Büro des Chefs und kommt gleich zur Sache und sagt, bin ich jetzt gefeuert? Der Chef guckt ihn nur an und sagt, nein, natürlich sind sie nicht gefeuert. Ich habe doch gerade eine Million in ihre Ausbildung investiert. Jesus hat weit mehr als eine Million Euro für dich gegeben. Er hat sein Leib, er hat sein Blut für dich gegeben. Du bist unendlich wertvoll. Du bist heilig. Amen.